Wenn man über die großen finanziellen Ziele im Leben nachdenkt, denkt man zwangsläufig auch über das Erreichen größerer Geldsummen nach, um diese Ziele zu erreichen. Sei es konkret für einen Wohnungs- oder Hauskauf oder weiter in die Zukunft geblickt für die Altersvorsorge. Oftmals sind dafür Geldsummen jenseits der 100.000 Euro notwendig. 100.000 Euro anzusparen wirkt aber für viele wie eine große Herausforderung. Daher haben wir in dem hier verlinkten Video einen konkreten Weg zum Erreichen der ersten 100.000 Euro gezeigt. Und nun gehen wir einen Schritt weiter. Was passiert nach den ersten 100.000 Euro? Wie kann ein zeitlicher Weg zu der ersten Million Euro aussehen? Das Video schließen wir mit den Top 5 Hilfen, die uns und den Teilnehmenden unserer Seminare für den Vermögensaufbau helfen. Sparen muss gelernt sein, denn es bedeutet vor allem zwei Aspekte. Erstens, überhaupt nach der Erfüllung der eigenen Grundbedürfnisse und gegebenenfalls der Grundbedürfnisse der Familie noch Kapital zum Sparen übrig zu haben. Und zweitens, sich auf den Weg des Vermögensaufbaus zu machen und dann diszipliniert und langfristig dabei zu bleiben. Wenn diese beiden Kriterien erfüllt sind, steht dem langfristigen Vermögensaufbau im Grunde genommen wenig im Weg. Was gerade zu Beginn der Ansparzeit demotivierend ist, sind die absolut betrachteten geringen Einnahmen, die man trotz ordentlicher Renditen an den Kapitalmärkten erzielen kann. Legt man zum Beispiel 10.000 Euro bei durchschnittlich 7% pro Jahr in einem Index-ETF an, der eine breite Marktkapitalisierung abdeckt, werden aus der Einzahlung nach 5 Jahren ca. 14.000 Euro. Das sind also nach 5 Jahren gerade einmal 4.000 Euro Vermögenszuwachs. Nach 10 Jahren sind das bereits knapp 20.000 Euro, also hast du in der Zeit fast 10.000 Euro an Rendite mit der Geldanlage erzielt. Besser als gar nichts, das stimmt, aber eben kein Effekt, der dich wohlhabend werden lässt, sodass du dich entspannt zurücklehnen kannst. Manche demotiviert das und es kann dazu führen, dass man gar nicht oder nur halbherzig spart. Und das trägt unter anderem dazu bei, dass so wenige Menschen große Summen in Wertpapierdepots aufbauen. Warum sprechen nun so viele über die magische 100.000-Euro-Grenze, die man so schnell wie möglich durchbrechen sollte? Diese Frage wollen wir nur einmal konkreter beantworten. In einem unserer letzten Seminare wurden wir von den Teilnehmenden gebeten, in den Beispielen nicht nur von alleinstehenden Personen auszugehen. Und daher gehen wir in diesem Beispiel von einem Paar aus. Das Paar ist Mitte 20 und beginnt mit dem Vermögensaufbau bei 0 Euro. Beiden ist bewusst, wie wichtig es ist, früh mit dem Vermögensaufbau zu beginnen, um den Zinseszinseffekt für sich arbeiten lassen zu können. Von den jeweils 2.500 Euro Nettolohnen legen beide monatlich 20 Prozent zur langfristigen Geldanlage zur Seite. Beide zusammen sparen jährlich also 12.000 Euro. Das Geld legt das Paar in einem ETF-Sparplan an, der zum Beispiel den MSCI World Index oder den S&P 500 Index abbildet. Wegen ihres langen Anlagehorizonts beginnen sie mit einem Portfolio, das zu 100 Prozent in Aktien-ETFs investiert ist und erwirtschaften so exemplarische 7 Prozent pro Jahr. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos hätte man bei einem Investment in den S&P 500 Index zum Beispiel seit dem Jahr 1957 im Durchschnitt 10,3 Prozent jährlich erwirtschaftet. Eine angenommene Rendite von 7 Prozent ist also nicht unwahrscheinlich und berücksichtigt sogar in gewissem Maße, dass vergangene Renditen keine Garantie für zukünftige Renditen sind und zukünftige Renditen etwas geringer ausfallen könnten. Viele Investoren, die eben erst in den letzten 10 bis 15 Jahren in den Markt eingestiegen sind, kennen auch dank der Notenbankpolitik vieler Währungsräume nur steigende Aktienmärkte, unterbrochen von kurzen Crash-Zeiten. Viele kennen aber keine 10 Jahre seitwärts laufende Märkte, wie es diese in der Vergangenheit auch schon gab. Unter der Annahme, dass das Paar also zusammen 1.000 Euro monatlich zu 7 Prozent anlegt und mit einem Startkapital von 0 Euro beginnt, brauchen beide etwa 6,6 Jahre, um die Anlagesumme von 100.000 Euro zu erreichen. Nun gehen wir davon aus, dass beide die Geldanlage fortsetzen. Wenn dir die anfänglichen 1.000 Euro Sparrate im Monat vielleicht etwas hoch vorkommt, so können mit fortschreitendem Berufsleben die 1.000 Euro im Monat vielleicht sogar etwas niedrig sein, da ja das Gehalt über die Lebenszeit und die Berufserfahrung weiter steigt und die prozentuale Sparquote dann sinkt. Der Einfachheit halber sind wir aber in diesem Beispiel von einem konstanten Sparbetrag ausgegangen. Wenn die beiden nun fleißig weiterhin die 1.000 Euro im Monat sparen und das Kapital weiterhin mit 7 Prozent verzinst wird, haben beide bereits nach weiteren 4,5 Jahren, also nach insgesamt 11 Jahren, die 200.000 Euro Marke erreicht. 300.000 Euro Depotwert hat das Paar dann nach weiteren 3,5 Jahren, also insgesamt 14,6 Jahren erreicht und 400.000 Euro nach weiteren 2,8 Jahren, also insgesamt 17,4 Jahren. Du siehst, wie sich die nächsten 100.000er Schritte immer schneller erreichen lassen. Der Grund ist, dass der Vermögenszuwachs nicht linear, sondern exponentiell einhergeht. Nach den ersten 100.000 Euro kommt dann wirklich der Zinseszinseffekt zum Tragen, der uns allen beim Vermögensaufbau Rückenwind gibt. Unter den angenommenen Voraussetzungen der Fallstudie erreicht das Paar die Vermögenssumme von einer Million Euro in weniger als 30 Jahren, also bereits in einem Alter von 55 Jahren. Wir diskutierten bereits in mehreren Seminaren mit unseren Kursteilnehmenden und natürlich im Optionswelten-Team, was uns beim Vermögensaufbau geholfen hat und haben für dich fünf Hilfen zusammengestellt, die wir auf dem Weg zum Wohlstand besonders hilfreich fanden. Das erste Kernelement ist, in frühen Jahren mit dem Vermögensaufbau mit höheren Sparraten zu beginnen. Das bedeutete für uns, zu differenzieren, was wir im Leben wirklich brauchen und was wir wollen. Das, was wir wollen und was gleichzeitig kostspielig ist, haben wir priorisiert. So kommen wir nicht in den strengen Sparzwang, der zum Beispiel unsere Möglichkeiten des Reisens beschneiden würde, sondern fanden ein für uns angenehmes Gleichgewicht und fahren dafür zum Beispiel ein eher älteres Auto. Zweitens haben wir früh mit der Geldanlage an den Finanzmärkten begonnen und konnten den Zinseszinseffekt für uns wirken lassen. Dabei haben wir uns gerade auf dem Weg zu den ersten sechsstelligen Meilenstein nicht durch nur verhältnismäßig kleine Zinszahlungen, Ausschüttungen wie Dividenden oder Kursgewinne aus dem Konzept bringen lassen und blieben unserer Investmentphilosophie langfristig treu. Ein dritter Aspekt, der am Anfang nur einen kleinen Einfluss hat, der bei zunehmender Vermögensmehrung jedoch eine wachsende Bedeutung spielt, ist die Steuer. Uns ist es wichtig, dass wir uns in dieser Hinsicht jedes Jahr optimal aufstellen. Damit meinen wir, dass wir zum Beispiel jedes Jahr unsere Sparer-Pauschbeträge voll ausnutzen. Und viertens haben wir uns zusätzliche Einkommensströme aufgebaut. Wir waren zuletzt überrascht, dass das in den USA anscheinend in 2023 bereits 50 Prozent der Amerikaner machen und übrigens auch die, die mehr als 100.000 Dollar im Jahr verdienen. Fünftens haben wir uns immer wieder daran erinnert, diszipliniert dabei zu bleiben. Klar, das ist gerade in Zeiten von Finanzmarktunruhen, wenn die breiten Medien das Ende der Finanzwelt herbeibeschwören. Etwas anspruchsvoller lohnt sich aber, wie zuvor gezeigt, durchaus. Was meinst du? Gibt es weitere Hilfsideen, die den Weg zu den eigenen finanziellen Zielen unterstützen? Lass uns einen Kommentar unter dem Video da. Bei der Geldanlage wünschen wir dir viel Erfolg. Alles Gute, dein Optionsweltenteam. Lass uns einen Kommentar unter dem Video da. 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 Lass uns einen Kommentar. Vielen Dank.